Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Volker Fortnite Part 1. Seid ihr gespannt, wie ich, wie man Fortnite spielt? Ich kann mich schon mal ein-Emp-Einspielen. Ähm... Wir lassen einen Like und ein Abo da bewertet, der ist... Kühlte Dauern... Kühlte Dauern... Das ist das Problem, dass die Lautstärke immer bei mir absenkt, also hier das mal nicht wieder mal... Ah man ey, ich brauch mal hier größeres Arbeitsspeicher. So... Äh, ich muss ein-Zielen... Ja... Ich glaube ich muss... Was ist das? Dann... Da... Okay. 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 Fja, mich killen wollte! Nächster! Also! Fja, mich killen wollte! Nächster! Fja, mich hitler! Fja, mich. Marter, mich. Das war's für heute. Ihr seht ja, ich habe ohne Einen benutzt hier alles. Ich habe aber schon eine gute Möchung aufgelegt, aber ich bin total, dass ich einfach mal dazu mache. Ich habe meine Möchung auch eine Möchung und ich habe einen Möchung. Ich habe keine Möchung und ich habe auch mit einem Möchung. Ich habe keine Möchung für meine Möchung. Das war's für heute. So, leider. Oh, voll doch ein Idiot, Dusser. Wenn man das nicht sehen hat, den kenne ich dann nicht. Ich bin so schnell, wenn man das nicht schäbt, wie es das nicht schäbt, kann man das nicht schäbt. Das war's. na ja immerhin immerhin alles hoffentlich hat das euch gefallen das gleiche und ein abo dazu bis gleich noch eine folge